Kannst du deine Schulzeit mit einem Buch überschreiben? Ich fühle mich sehr glücklich, weil die Bildung ist sehr, sehr wichtig und es macht dich ein Lichter und gibt noch mehr Dinge über jeden Aspekt des Welt. Ich erinnere mich nicht mehr, was ich für einen Traumberuf hatte, ehrlich gesagt, aber ich glaube so, ich wollte mal Pilot sein werden. Ich bin der Fall. Nein, ich bin der Fall. 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 Jedenfalls wird es nicht mehr so träumen. Man will in meinem Alter halt nur seine Familie genügen und halt einen normalen Job und dass man gut wird und damit leben kann. die Ausbildung haben. Ich habe auch die Ausbildung in der Schule gemacht. Ich habe den Tag noch einmal zu überprüfen, wenn man eine Einjährige Arbeit macht. Ich bin nach dem Übrigen und wollte ich als erstes bin. Aber ich wollte die Übrigen und ich ging nach dem Übrigen. Ich bin nur in der Übrigen. Ich hatte nur die Übrigen. Ich wollte nur die Übrigen. Aber das ist er, er hat mich gebeten.